So, da oben ist der Rohstein. Da sieht man recht die Nadel. Da oben sind die Rohstein-Almer. Wir wollten jetzt hinauffahren, aber seht ihr selber, Freunde, bei dem Schnee geht nichts. Da ist der Alex, der Iron Man. Seht mich hier im Schnee rein, mit meiner neuen Dierland-Schnitte. Ja, ja, die müssen wir gleich anschauen, diese Radl. Und mal genau betrachten zu. Im Schnee. Unglaublich. Also, ich muss sagen, wenn man nicht raucht, dann kann man sich sowas leisten. Hahaha. Da ist die Schwarze Rosi. Mit dem Dreier, Alt-Männer-Platt halt, gell. Der Dritte. Jetzt schau ich's. Halt einmal hin. Letzter. Copy. Es sempre presente. Hahaha. Hahaha. Und das ist alles für den Ötztaler Radmarathon. Hahaha. Ja, machen wir eine Ansage jetzt für den Ötztaler. Ötztaler, ja. Unter zwölf Stunden. Jaaa. Unter zwölf. Karl Sprafe. Aus Geumisch, hast du gehört, unter zwölf. Sowas trainieren. Mitter mit der Kopf система. Karl Sprafe trainiere! geometric! Gewähl dich, gewähl dich! Hahaha. Gewähl dich Karl Sprafe! Hahaha.